Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Oh, da kann man bitte jemanden sprechen. Oh man, was soll ich nur tun? Hey man, wieso so trübselig? Was ist los? Können wir helfen? Tja, ich soll eine Probe von etwas nehmen, aber ich wüsste, ich kann es nicht. Wieso? Nun, ich muss die Hauptbestandteile beschaffen, die in andere Maschinen verwendet werden können. Mit Peskalsilfe würde es... ist es jetzt erschaffen. Was meine aber ist... Hä? Hä, was war das für ein Satz? Warum ist es denn so schwierig, die Proben zu nehmen? Ja, äh, ich glaube, an Ort und Stelle ist das leichter zu verstehen. Ich habe eine Anfrage eingereist, ihr könnt ja mal nachsehen. Ah. Äh, das wäre jetzt doch der Bohrer? Das wäre geil. Also, wir haben hier eine riskante Flüssigkeit, ja bei unseren Fehl-Part. Genau, deswegen starker Knochen. Jetzt bekommen wir schnell noch einen. Das wäre super. So. Das ist ein Nebenzimmer. Das heißt... Hier hin. Ähm, was ist hier? Oder da? Hä? Ja doch, hier. Hä? Ist da noch ein Nebenzimmer? Komisch. Halt! Stopp, stopp, stopp! Was ist denn? Aha, ich wusste es. Hier steht einer von meinen Fallen. Schon die kleinste Erschaltung sorgt dafür, dass sie klebrige Flüssigkeit verspritzt. Eine falsche Bewegung und zack, alles klebt. Warum machst du sowas? Fazer Streit mit meiner Schwester. Eigentlich habe ich es nur getan, um sie zu ärgern. Das ist eine ziemlich seltsame Methode. Wirklich? Du und der kleine Bruder habt euch doch auch mit Kleberfallen bekämpft, als ihr klein wart. Eigentlich nicht. Egal, ich schraube mal eben hier rein bisschen und da passt. Jetzt kann man nichts mehr passieren, ne? Gut, das war's. Hm. Was hast du, Sherry? Du bist ja total weggedriftet. Wie? Ach nix. Ich habe nur gerade überlegt, wie schön das gewesen sein muss. War's das Streiten? Das klingt vielleicht blöd, aber ich habe nie mit meiner Familie gestritten. Fredrick ist deine ganze Familie, nicht? Einen alten Mann kann man nicht mit Kleber bespritzen. Ich weiß aber trotzdem, irgendwie beneide ist Pascal. Hm. Vielleicht können wir dir ja Geschwister besorgen. Ein Schwiegerbruder vielleicht. Äh. Hey, was redest du denn da? Hm. Was? Hast du ein Problem mit dem kleinen Bruder? Äh, so war das nicht gemein. Das weißt du. Ja, erst mal versteht gar nix, ne? Oh. Einzelkind. Hat sie auch mal wieder einen Titel bekommen? Oh. Da fehlt ein Titel. Sie versprüht immer ein bisschen Eifersucht, wenn sie Geschwister streiten sieht. Oh. Was eigentlich mit ihren Eltern? Von Sherry. Oder von hier. Paschal, die Eltern. Von dem bekommt man nix so mit, ne? Oder hat Malik irgendwie Verwandtschaft oder so? Würde mich mal interessieren mehr so. Man weiß ja eigentlich nur was von Aspel und Hubert. Ja und von... oh, da ist was. Woher und wohin. Oh. Man. Ich denke das immer so immer. Aber ich bin sicher eine Glückwunsch. Und warum sagst du das? Wenn ich der Overseer war, würde ich nicht weitergehen. Research? Du willst mir sagen, dass es die Research, das motiviert deine Reise hat? Ja. Du kannst nicht sagen, von wann die Sühe Marcien kam und wann wir gehen. Oder was. Huh. Ich hätte dich nicht für ein Romantik genommen. Overseer sind aus der Linie der Familie. Sie hörte nicht. Sie hörte nicht. Aber wenn ich diese Verantwortung hätte, wäre das ein totaler Schmerz. Ich bin sicher. Wie würde jeder hier leben. Ich bin sicher. Die Sauberboot erhält automatisch einen heiliger Trank-Effekt. Aufrest. Okay. Das ist relativ nett eigenes. Für Leute, die nicht so kämpfen wollen. Naja. Nett. Aber naja. Ich stehe nicht so drauf. Ich will lieber fighten. Schokolade und Milch. Trüffel. So. Ich überdeste ein Kristall. Aha. Na okay. Mach ich mal da mit. Die Waffen. Oder? Das kostet auch viel Geld. Das ist es leider. Rieskantflüssigkeit. Einen kann ich ja auch fahren. Äh. Mittel. Ja. Mehr nicht aber. Nein. So. Ah. Ne. Das geht auch nicht. Ballon-Tuch. Also, ich hab keine Milch und ich werde es machen. Ich werde, was darauf trägt. Aber, wenn man das fällt, was ich sehen kann. Sind die in den Typen würdet? Um, was sie machen können. Oh nein. Was weiß der vampire-Tuch? Hey. Ohh! Ich hab dich nicht mit einem Ballon-Tuch. Du merkst nicht. Ja genau. Mit einem Ballon-Tuch. Blatt. halt kombinieren die uns immer wieder herstellen werden auch was cooles bekommen kurz im mixer mal kurz sehen mal da ist das normal wenn das sehe dann weiß es sofort glaube ich keine ahnung jetzt nie ein topf brauchen wir noch wirklich noch mein eintopf war es irgendwie pudding mit kürbise einmal ich habe kein pudding mehr wie ging noch mal der eintopf scheiße mit rind aber bananen schokolade schucke bananen ein topf schokopaste als pastete nehmt eines mit ein topf bin ist gut das war ein stück davon man war eh da denkst du mir so wow du bist es der hammer ich will eigentlich den starken knochen da kurz bekommen dauert er noch so lange scheiße verdammt naja muss dann wohl doch hier raus ja teleportieren schade das ist ein bisschen blöd hier so na dann gehen wir jetzt mal hier runter wieder ich liebe das geben einfach es ist so ein schönes game oh hey guys do you have any idea why the overseer quit talking to people plus long did say that didn't she it struck me as odd to pursuing the answer will doubtless prove a waste of time but if you're so curious why not ask pascal you right why doesn't the overseer speak in public anymore because after all these years she just recently learned she had a heavy accent and got really embarrassed about it well that really was a waste of time yep some old dude she had the hots for pointed it out to her just as i said a complete waste of time please pascal tell us more ich will überlegen geh sofort zum labor oder gehst mal woanders lang ein paar kürbisse super naja ich gehst mal was vom labor will auch nicht so viel das ganze letztlich in länge ziehen na das wird schon relativ lang gezogen ah starker knochen geil ähm so also was brauchen wir denn noch so kinders so land braucht rum und ehre keine ahnung lieblestes band habe es sogar so hab es hab es hab es hab es auch eisenwurfklinge sanft okay die baut die eisenwurfklinge da hab es auch alles was die wollen okay ja da hab es auch sogar geil ähm ah die baut noch näher starke knochen okay sonst kann ich alles abgeben okay dann wird das nächste offline wandern wohl sehr mühselig aber wir müssen dann zu jedem ort reisen kurz dann das abgeben das ist ein rettis schadet nie okay keine unterhaltung willkommen ja kurz mal die stutaten sehen kürbis kann ich doch mit kürbis kürbis basteln schön alles sehr viel rettis mit ein dashi eintopf das muss aber noch die waffen haben schon über die waffen so verbessert ja die waffen können wir auch jetzt kurz halt okay es kostet so viel geld ey äh war irgendwo ein vital dabei glaub ich nicht ne es muss dann mal ah nein nicht offline nein nein also ich werde jetzt eigentlich noch sehr viel online machen habe mir das vorgenommen sehr sehr viel der große offline part wird dann noch dauer ich hatte keine idee wie Fourier's laboratorium so groß wäre das ist meine sister für dich pascal was ist sie so? meine sister? naja sie ist ein jahre älter als ich und total smart sie hat alle kinder Dinge gemacht ich glaube sie ist meine idol ich habe mich überrascht und kopiert was sie macht was sie macht so insofern bin ich sicher sie will understand wenn wir erklären was passiert was passiert kann die valkonisten sein in diesem laboratorium das wäre toll, oder? aber ja, ich weiß nicht gerade jetzt müssen wir einfach versuchen zu finden Fourier ok wir haben lange Zeit hier in Fendel und noch nicht mehr zu finden zu finden die valkonisten ich bin mir selbst Hubert hubert nein ich habe das nicht mehr zu denken wenn das deine Position ist dann werde ich dir nur zeigen, dass ich ihn stoppen kann wie auch das endet ich schaue, dass die Schöne mir allein sein wird mein Bruder fehlt das Gefühl, um einen Freund zu töten das ist wirklich sehr krass ok, gehen wir hier rein das sieht doch schon abgespaced aus hm prüfen der Loadlift scheint nicht zu funktionieren ok wieder eine Tür wieder eine wieder eine wir treten na ich weiß nicht, jetzt gehen wir mal hier durch ich will alles hier erforschen ich will alles hier erforschen ach, wusste ich es doch sonst nix kein Geheimnis oder so na enttäuschend, aber egal wir haben einen Zahnrad gefunden weil es hilft uns das hier irgendwann mal ok ähm Rätsel gelöst Tür wird geöffnet ach so hä die Tür ist jetzt geöffnet äh diese Tür wohin hä ist das ein Notlift jetzt nee oder vielleicht weiter links ja ok ich muss hier wegkippen ach, Roboter da ja schon hat der Film schon hat der Film schön ähm ja gehen wir hier rein gehen wir runter ok ich bin hier mal weiter gegen die Gegner ich muss aber sagen ey das das Game es fettelt einen zum Let's Play so langsam wieder so bei mir ist auch das Problem sag mir mal ganz offen hier ne also ähm ich mag es zu Let's Play im Werk ist aber dieser Schritt zum Aufnehmen der ist unglaublich hart irgendwie manchmal halt ich will gern aufnehmen aber denke mir so ah jetzt muss das anfangen und so und hab ich eine Minute Let's Play dann ist das sofort weg ne aber dieser Schritt jetzt fängt es damit an der ist irgendwie so unsagbar groß teilweise hört sich wirklich dumm an aber wenn man einmal drin ist dann bin ich halt auch drin und hab meinen Spaß dran aber so starker Knochen genug ähm nehmen wir jetzt aber halt ähm ich weiß nicht dann halt mich dazu bewegen irgendwie das ist irgendwie krass finde ich es teilweise ähm was nehme ich denn jetzt na warte mal Kaiser Klaue da war doch was schön in Kombination Scharf erreicht dann ok kostet viel aber ja das will ist weil daraus kann man dann Schicksalswürfel machen und die sind gut ok danke sonst hier nix zum entdecken irgendwie es verwirrt mich ey diese so kleinen Räume mit irgendwelchen Crap drin naja ok so so kämpft ok das sind Verteiler so so boah schöne Kombo schönes Ding ich muss sagen ich muss sagen ich bin auch mit meiner Gruppe sehr sehr zufrieden eigenes also ich werde es glaube ich für das ganze Spiel jetzt haben weil sie sind es ist gut aber warte mal den muss ich einfach mal dahin schieben ja weil ich habe mit Hubert und Aspel habe ich ähm zwei Nahkämpfer mit Charrier und Pascal zwei Sauberinnen mit ähm und Hubert und Schäber sind auch zugleich noch heiler und Pascal kann auch die Gruppe buffen das ist eigentlich sehr geil glaube kann ich sogar Pascal wiederbeleben entflammen äh Selbststärken des Artists Pesca ist einfache Artists kurz Flammen ok ja aber kann ich wohl nicht halt was Rubinenferno was ist das eine Glyphartist das ein Zydanit-Abbild erzeugt und einen x-förmigen Wasserschwall hervorruft ok Blutflamme Koss Koss Feuerblume Feuerblume ja Pascal du hast schon drauf aber ich glaube es ist richtig schwer mit der zu kämpfen generell in Tales of kann ich halt nicht mit Zauber oder Zaubern so äh arbeiten halt zumindest muss in Tales of halt der Held so so halt irgendwie so fighten können halt mit Schwertern oder halt auch mit Fäusten oder sonst was weil es nun mal ein Active ein Über-Active-Time-Bash also keine Ahnung wie das was halt da heißt Stiernfußkette Einziges Mal was entdeckt Elit-Auflader ok Ist das wirklich ein Elit-Auflader? Pascal hast du gesagt dass diese Maschine die Elit-Auflader Sis ich kann nicht glauben dass sie das inventiert das das ist das ist ziemlich handig es ist viel als nur handig es könnte genug Elit-Auflader für den gesamten König Fendel ist etwas falsch? bitte nicht sagen es ist nicht es ist nicht es ist es ist es ist es ist es ist es ist nichts ich habe kurz was gelesen getrunken während der Szene weil ich nehme eigentlich schon heute viel auf fällt mir auf ja Ja, auf jeden Fall, ich werde halt noch sehr viel aufnehmen. Ich werde mich noch eigentlich noch dazu geben, FF-13 aufzunehmen. Mal sehen. Vielleicht noch ein Star Ocean Part? Dann werde ich mich am Morgen dran setzen, halt mehr FF-13 aufzunehmen. Ich werde es endlich schaffen, um drei Projekte am einen Tag hochzuladen. Das wird vielleicht ein kleiner Overkill auf meinem Kanal sein, aber ich werde es. Ganz ehrlich, ich werde es. So, na, ich gehe mal da unten lang. Ich weiß nicht. Das sieht mir so aus, so da ist ein kleines Geheimnis oder so. Okay, jetzt öffnen da eine Tür. Ähm. Oh. Was soll das so umständlich machen? Nee, nee, nee. Na, okay. So. Einmal boom. Das einfügen. Oh, ich gehe mal vor. So, Tür wird geöffnet. Super. Oh, ist das die Tür dann? Ja, okay, dann gehst du den Resten weg. Kann man nicht mehr sehen. So, wie, der Weg so drauf ist, wenn ich ihn nicht so angreife. Oh, das war... Schade, danke. Oh, ja, das war gut. Und von den Kämpfen her... Oh, ordentlich, ordentlich Leute. Ich fülle meinen Mixer irgendwie auf. Ich habe noch ein paar Items, ne? Hm, ja, eins. Rotes Bohnenkraut. Ah ja, bitteschön. Aspel. Mein Freund. Ah, schöner Mann. Ah, wir haben uns schon auch eh. Und dann eine Seelenkugel. Immer wieder schön so etwas zu sehen. So, und hier ist... Gegner. Platin-Scheide. Cool. Nur Gegner? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl... Vielleicht passiert dann was. Ja, Robby. Oh, cool. Ach, schön. Na, auf jeden Fall ist jetzt mal so langsam mehr Projekte hoch geworden, weil ich habe auch Zeit und so. Und die Sonne ist dafür das hinballern. Ich habe auch Spaß drin einfach. Und es wird mir auch sehr gut das aufzunehmen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Passiert nichts? Nichts Besonderes? Okay, schade. Wie groß ist denn schon der Part, ey? Ach du Scheiße. Jetzt mach mal hier einen Cut, Leute. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Nao Amagi. Tschüss!